Herzlich Willkommen zurück bei Let's Play Europa Universalis 4 So, passende Kleidung findet ihr nicht? Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie wir jetzt diesen Krieg beenden können und mir ist folgendes dabei durch den Kopf gegangen Im Prinzip haben wir gar keine Ambitionen hier in Frankreich Wir haben die französischen Provinzen eigentlich nur, um die Franzosen zu ärgern Aber im Prinzip bringen die uns nicht wirklich was Deswegen würde ich sagen, unsere Zukunft fliegt auf dem Meer und nicht in Frankreich Von daher würde ich jetzt mal sagen, wir werden hier jetzt diesen Frieden hier machen Allerdings möchte ich den Franzosen natürlich so wenig Provinzen zuschreiben, wie es nur geht Ähm, ja, mal schauen Ähm, momentan ist der Kriegsstand, ja Ne, ihr seht das ja Niemand hat wirklich mehr Lust auf diesen Krieg Ähm, es wird Zeit für einen Frieden So, allerdings muss ich hier zuerst warten Und ja Wir haben ja hier Koalitionskrieg Friedensaufruf, genau Den sollten wir, wenn es geht, der geht bis 100 hoch Und dann, wenn er auf 100 ist, fliegen wir Stabilität und das ganze Gezählige wieder von vorne los Ähm, ich werde jetzt warten, bis wir auf 99 oder so sind Und dann werde ich diesen Frieden zwingen Beziehungsweise den Frieden dann, ähm Auf, äh, ankündigen, sag ich jetzt mal Ähm, bis dahin können wir ja ein paar Sachen hier auf dem amerikanischen Kontinent tun Wir beginnen ja momentan die Kolonisierung von Delaware An der Ostküste Der neuen Welt Und ja Sobald wir Diese Provinz haben, können wir auch Schneller, ähm, die Umliegenden Gebiete hier Kolonisieren, wie zum Beispiel Mantica, Unami und so Beziehungsweise können wir in Manhattan dann Äh Besiedeln auch noch Ja, oder in Richtung Florida reingehen Äh, da haben wir viele Möglichkeiten Und wir sind katholisch Das heißt, wenn wir einige Provinzen Hier dort, ähm, kolonisiert haben Und, ähm, eine Kolonialnation dann haben Dann kriegen wir vom Papst, ähm, die, ja, den Segen, dass wir die gesamte Kolonialregion besiedeln können Ohne dass andere Nationen hier siedeln können Und das ist ziemlich gut Und, ja, ähm, momentan ist allerdings die protestantische Reformation in Deutschland vertreten Die sich hier auch langsam ausbreitet Und vielleicht sogar in unsere Richtung marschiert Ähm, ja, wir sollten da ein Auge drauf werfen So, was haben wir denn da? Infiltrierung des Papstes Bestechung ist keine unbekannte Praxis Und mit der richtigen Geldsumme können wir vielleicht Ein Kardinal dazu bekommen Einen religiösen Orden zu infiltrieren Ähm, lassen wir die Sache fallen Prestige brauchen wir gerade mehr als Einfluss Beim Papst Wenn wir schon mal in dem Thema sind Können wir unser Einfluss gleich investieren Damit wir vielleicht Papst werden Dann könnten wir eventuell die Franzosen exkommunizieren Oder, nee, 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 Quatsch, das geht gar nicht Man kann nur, äh, Nationen, äh, exkommunizieren Bei dem der Kirchenstaaten schlechten Einfluss hat Äh, Beziehung hat Wie zum Beispiel hier Savoyneza Oder hier, um, äh, was ist das? Urbino und Florenz Die können exkommuniziert werden Sind die schon exkommuniziert? Ich schau mal schnell Nein, die nicht, die nicht Aber ich glaub Savoyne Ja, weil Savoyne, sag ich Äh, Provence, genau Provence ist exkommuniziert Ähm, sieht man hier Wenn der Anführer Name rot ist Dann ist es quasi das Zeichen Aha, der ist exkommuniziert Steht doch hier dran Äh, ja Wenn ihr hier runter seht Bei gleiche gibt es die Dynastie Louis, der zweite steht da oben dran Äh, exkommuniziert Ja, genau Ähm, und Kleinen Moment Ich hab hier schon die ganze Zeit Das Problem, dass ich mich nicht an Lähen kann an meinem Stuhl Weil ich keinen Platz hab Weil hier so ein, äh So ein Ding ist Ihr seht ja, dass hier So Eine Fußlehne, ne? Bei der mein Fuß gar nicht draufpasst Sehr schlau von mir Naja, ähm Interessiert sich für jeden von euch Ich weiß So, okay Ähm, unsere Armeen haben übrigens eine neue Stufe der Professionalität erreicht Was ich ganz vergessen habe zu erwähnen Äh, hier nämlich Diese Balken füllt sich Wenn man hier drillt Und wenn er voll ist, dann Ja, dann haben wir diese Boni alle Also wir kriegen nach und nach immer Hier Bonis Jetzt können wir zum Beispiel Versorgungsdepots bauen Das, äh, hat quasi die, äh, den Effekt Dass wir ein Mehr Versorgungslimit erhalten Ja Genau, die Franzosen wollen Frieden Nein Der kommt erst später Verstaatlichte Schutzwaffenregimente Gibt bis zur Widerrufung Folgende Modifikatoren Armeetrollzuwachs erhöht sich um plus 40% Aber unsere Armeen werden teurer Ähm Bis zum Elend des Spiels Ja, das kann man deaktivieren Ähm Vomita haben wir ein Minus Das sollten wir eventuell Ähm Na, Kriegssteuern lohnen sich jetzt eh nicht mehr Wenn ich diesen Krieg bald beende Ähm Tja Hier kämpfen Protestantische Fanatiker gegen Loterner So, ähm Genau Also unsere, wie gesagt Ich werde jetzt dann nicht hier Weiter, äh Darauf mich in Frankreich zu verbeißen Nein, nein Unsere Zukunft liegt hier In Amerika und auf dem Meer Ja, ja, ja Ähm Genau, wir haben übrigens hier Bermude jetzt hier besiedelt Und Dort produzieren wir Schiffsbedarf Vielleicht können wir hier Eine Werkstatt bauen Damit wir effizienter Schiffsbedarf erhalten Ähm, ja Schiffsbedarf erhöht unser Einheitenlimit Und Ja, die wollen wieder Frieden Und ja, die wollen wieder Frieden Ich werde das hier erst weiter steigern Bevor ich hier diesen Frieden annehme Die Gründung der Londoner Börse Im Jahre 1571 wurde die Londoner Börse gegründet Ähm, ja, das ist ungefähr 60 Jahre vor unserem Jahr Ähm, obwohl sie im 16. bis 17. Jahrhundert nicht mehr einflussreich war Und nur ein geringes Handelsvolumen aufwies Nahm sie im Laufe der Zeit an Bedeutung zu Und überfügelte schließlich ihre Konkurrenz in Amsterdam Sodass sie schließlich im 18. Jahrhundert zur aktivsten Börse Europas aufstiegen konnte Dem englischen Handel, der Befertigung und der allgemeinen Wirtschaft kam dies sehr zugute Und England profitierte daraufhin enorm von den Krediten, die die Börse bereitstellen konnte Uiuiui Streng Kontrollen einführen Das sind krasse Bonis eigentlich Wir erhalten 656 Dukaten Innovationsfähigkeit Plus, ja gut, 3 Inflation ist nicht so tragisch Hier verlieren wir Inflation Ich nehme mal das da Darlehensmarkt erweitern Bäm Jetzt haben wir ordentlich Gold bekommen Haha Und ja, hier auch Inflation natürlich, aber Das können wir hier Wenn wir hier ein bisschen administrative macht investieren, ganz leicht abbauen Und jetzt können wir hier sogar unsere Schulden zurückzahlen Und haben Keine Schulden mehr Was sehr schön ist Allerdings machen wir hier immer noch Minus Das heißt, wir werden hier bald wohl wahrscheinlich wieder ein neues Tarlehen aufnehmen müssen Hm Na, das meiste investieren wir in unsere Armee, aber das ist auch gerade von Nöten Unterstützt das Enkommendi Enkommend Enkommiendasystem Auf die eingebende Bevölkerung haben wir einen Hauptaugenmarkt gerichtet Wir müssen sicherstellen, dass die Eingeborenen unserer Obhut vor feindlichen Nachbarn geschützt sind Einigermaßen zivilisiert werden und den wahren Glauben praktizieren Wir planen unsere Kolonisten diese Pflicht anzuerlegen, indem jeder von ihnen eine gewisse Anzahl an Eingeborenen unterrichtet und schützt Doch nichts im Leben ist umsonst Also werden die Eingeborenen im Gegenzug unsere Kolonisten für eine bestimmte Zahl von Tagen ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen Die Eingeborenen in Delaware verlieren 5 Feindseligkeit Okay, das ist gut Delaware erhält das Enkommedia-System bis zum 26. September Und Handelsgüter erhöhen sich Das ist 10 Jahre So, und jetzt ist hier wahrscheinlich keine Aggression mehr Doch, immer noch ein bisschen Aber nicht mehr so krass wie vorher So, die Franzosen, wie weit sind wir hier jetzt mit den Ah, ich will da schon noch mehr haben Wir können ja schon mal überlegen, was wir den Franzosen geben wollen Korn wollen sie Die wollen Koks Naja, ich will euch das nicht geben Sorry, aber könnt ihr nicht das da unten nehmen Hier, Labort zum Beispiel Was wollt ihr denn? Angebot vorschlagen Ja genau Nimmt ruhig alles Sämtliche Provinz in der Normandie ist klar Sonst geht es euch gut Hm Ich glaube, ich werde es nicht vermeiden können, dass ich hier Provinzen in Oh, was haben wir denn da? Ah, das ist ja gut Unmoralische Preise Moment, ich muss Rollenspiel betreiben Ich darf nicht das nehmen, was ich hier Ich bin Sünder und gutherzig Okay, gutherzig Da kann ich das natürlich wahrscheinlich nicht nehmen Ähm Das hatten wir schon Wir müssen das vorhandene Brot bezahlen und verteilen Tja Ich bin gutherzig Muss ich machen Tut mir leid So, ähm, ja Jetzt nehmen wir wieder ein Darlehen auf Frankreich will wieder einen Frieden haben Ja, das ist das Darlehen Tribut anbieten Na komm, ich will euch nicht wirklich alles geben Hier Der Picard will ich noch behalten Ne, ne, Picardy will ich behalten So ungefähr Ja, wir können das ja noch steigern Wir kriegen ja hier weitere Pluspunkte Auf Friedensaufruf Pass auf, folgendes Ich, äh, möchte Na shit Ich gebe euch Diese drei Provinzen, okay 28 Das muss doch angehen Habe ich hier Dann bin ich hier immer noch in Normandie vertreten Und ich habe hier immer noch Äh Diese Provinzen, die ich erobert habe Von den Franzosen Hey So, Debatte Neue Debatte Was machen wir denn da Truppenquartiere Klingt doch ganz gut Wie würde jetzt einer vorgehen, der Na, Landreform Entwicklungskosten Ja, machen wir sowas hier Wenn wir gutherzig sind Ähm Ja Schusswaffenregimenter Ne, wir können es uns gerade nicht leisten Ähm Ablasshandel 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 Ich bin ein Sünder Ablasshandel Klingt doch ganz gut So Okay Tanien, Corks, Korn Ja Die wollen wirklich hier alles in Frankreich haben Ähm Ja, also mit dem würde ich mich zufrieden geben Mit diesen Forderungen Wir müssen halt noch warten, bis hier das weiter gesteigert ist, dieser Friedensaufruf Wir wollten in Frankreich Eins Hui Jetzt ziehen sie ein paar Truppen hier ab Um die Revolte zu, äh, hier zu schlagen Ach, die ist hier in, was ist denn das, Orléans Ja, wir brauchen nur noch 8 Tauchen die Revolten auf, weil wir, ähm, die Kriegsmüdigkeit von denen gesteigert haben, kann das sein? Nein, die haben alle schon eine hohe Kriegsmüdigkeit Ja, gut, wir haben 2,6 Ähm Ach, wenn ich nur sehen könnte, was die Franzosen an, äh, hier Unruhe haben Das wäre richtig praktisch So, ähm Ja, jetzt könnten wir theoretisch den Frieden hier machen Ja, doch, jetzt geht's wieder Ähm, hm, hm Aktuelles Friedensangebot Megametärische Stärke Naja, vielleicht kriegen wir noch ein paar Provinzen hier, äh, vielleicht das hier noch Dann kriegen sie nur 2 Provinzen, das wäre mir natürlich auch noch viel lieber Na, ich werde jetzt hier richtig krass falschen Ich werde dich falschen Was soll das heißen? Sie wollen nicht falschen Das, also das wäre ideal eigentlich Ideal jetzt, äh, in Anführungsstrichen Vielleicht kriegen wir den sogar Ich meine, wir kriegen hier noch 10 Friedensaufrufpunkte dazu Dann, dadurch müssten wir den nur Aquitannien geben Und Aquitannien ist, äh, wirklich Ja, es ist schon eine Provinz, die wir gut, äh, verwaltet haben Vor dem Krieg, 22, hm, das können wir übrigens in eine Idee investieren Aber mir wäre es lieber, wenn wir hier diesen, die Technologie vorherrschen Boah, 12 Innovationsfähigkeit So viel hatte ich wirklich noch nie Aber ich habe ja, ich habe bisher, ich spiele natürlich privat ein bisschen anders, als ich hier spiele Ähm, hier muss ich ein bisschen strategischer spielen als privat Weil privat spiele ich immer nur auf sehr leicht, hier spiele ich auf mittel Deswegen muss ich ein bisschen, ähm, strategischer denken Und Innovationsfähigkeit, äh, sparen ist sehr schlau eigentlich Wenn man es so betrachtet Ähm, ja, weil man dadurch hier eben Machtkosten reduziert bekommt Ähm, ja, Kassilien, Kassilien, mein alter Freund Wie geht's denn euch so? So, oh, Tribut anbieten Nein, jetzt sind es nur noch 5 Punkte Nein, vielleicht geht das ja, dieser Frieden Gut, ich kann Aquitanien ruhig vernachlässigen Also wichtig ist mir halt die Normandie Ich meine, will... Hä? What the fuck? Was ist jetzt los? Warum haben wir die Punkte jetzt nicht mehr? Jetzt füllen wir Stabilität, oder? Nein, tun wir nicht Doch, tun wir Scheiße Also es geht nur bis 90 anscheinend Na gut Dann muss ich dem wahrscheinlich Alenco geben, oder so Ah, Alenco, wo ist denn Alenco? Alenco, hier Dann gebe ich das euch halt auch noch Ähm, ja Oder will ich den Picardie zurückgeben? Dann hätten wir hier wieder Calais allein Das ist auch nicht so schön, ne? Ne, 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 ich gebe denen schon die Provinzen, ne? Genau, ich gebe denen Aquitanien und Alenco Wir hatten Alenco an Grundsteuer 10, 10 Picardie hat 18 Ja gut, dann gebe ich den Alenco, ist besser So, ähm Achso, können wir eigentlich wieder einen Entdecker losschicken? Wir haben ja jetzt hier eine Kolonie, das heißt, unsere Reichweite müsste sich erhöhen Ähm Ah, ich kann meine Schiffe leider nicht so Ah, doch, die drei kann ich nutzen Haha Euch nehme ich mal mit Ihr kommt mit So Und jetzt werde ich euch Äh, kurz aus Äh, ich brauche jetzt mal einen Entdecker Entdecker hier Ja, wir brauchen wieder Administrative Macht So, jetzt können wir hier Die Küste des Südatlantischen Ozeans, ähm Erkunden Expedition in Afrika Das sind wahrscheinlich hier diese Provinzen da Hier südlich vom Kongo Joa, jetzt können wir mal kurz schauen Es wird Blut fließen, mein König Es gehen Gerüchte um, dass Hessen einen Angriff auf Würzburg in einem Angressionskrieg vorbereitet So, so, so Unreligiöse Unruhen in vielen deutschen Städten Wegen dieser Reformation Ähm Wieder ein Friedensangebot der Franzosen Das lehne ich natürlich ab So, wie sieht's hier aus? Starte Ja, schauen wir uns hier die Entdeckung hier an So, unser Entdecker ist jetzt hier im östlichen Guineerbecken Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Äh, ihr kennt doch Meerschweinchen, oder? Diese süßen, diese süßen überdimensionalen Hamster Äh, die heißen auf Englisch heißen Ginnerpicks Also Guineer Guineerschwein auf Deutsch übersetzt Äh, Guineer ist ja hier in Afrika Oder? Spill ich mir das ein? Äh, bildest du mir das ein? Guineer Ich weiß, nee, ein Klatsch kann Wo ist Guineer nochmal? Bin ich jetzt blöd? Oder verwechsel ich das mit Guiana? Hier gibt's noch Guiana Das ist hier Ich weiß nicht, Guineer Äh, Rebellen in Picardie Picardie, ja, ist mir recht Das haben die Franzosen gerade hier Unter ihrer Unter ihrem Besitz Es gibt, nee, ich glaub, Guineer ist wirklich in Afrika Ähm, Guineerpicks Und Meerschwein, sie kommen doch ursprünglich aus Südamerika kann es sein Die wurden ja doch in Südamerika Ähm Äh, ah ja Lasst euch von dieser Unordnung hier auf meinem Bett nicht stören Äh, ja Ich kam nicht dazu aufzuräumen Muss arbeiten Ja, ich hab wieder einen Job Man würde es kaum glauben So Ich hab einen Job Ich hab eine Arbeit So Friedensangebot Was ist passiert? Debatte fehlgeschlagen Oh, geil Minus 5 Prestige Keine Debatte im Parlament Bitteschön Dann machen wir halt eine Debatte im Parlament Äh Truppenquartiere Was kann man denn da Das kann man machen Das machen wir mal nicht Oh, das kann man auch machen Sündenbock Äh, da stirbt jemand jetzt drauf Ist ja schön Ja Erkundung beendet Sehr schön Und der ist hier in, äh St. Kitts So, ähm Dann schicken wir den jetzt mal in den Südatlantik rein Der Südatlantik Ja, das sind wahrscheinlich diese Provinzen hier Die, ja Provinzen sag ich hier Dieses Gewässer hier Südlich hier Ähm Ja, wieder ein Friedensangebot aus Frankreich Ach ja, die haben die Rebellen übrigens besiegt Ähm Und hier Friedensaufruf erhöht sich wieder Oh nein, ich bin unfruchtbar Oh Gott Ach nee, das ist der Nachfolger Das ist unser Ärger Der ist hier jetzt sehr unfruchtbar Aus Gründen, die über unsere Kontrolle hinausgehen Scheint er unserem Oberflug viel schwerer zu fallen Einen Thronfolger zu zeugen Tja So ist das nochmal Der ist 15 und unfruchtbar Was hat denn der Genommen? So Frankreich schon wieder Ähm Ja Ich muss das leider abwarten Da bleibt mir nix anderes übrig So Die Reformation unterteilt sich Die protestantische Reformation verbreitet sich wie ein Steppenbrand in Europa Zahlreiche verschiedene Bewegungen haben sich bereits gegründet Und bieten alternative Methoden, den christlichen Glauben zu reformieren Ein hingebungsvoller Prediger in Regensburg Wurde zur Schlüsselfigur Regensburg ist hier Wurde zur Schlüsselfigur in der sogenannten reformierten Lehrmeinung Und bedrohte den vollständigen Ruin der sittlichen Natur der Menschheit Nur durch Gottes eingreifen könnte die Menschheit Erlösung finden Wenn sie sich Rebellion zu willigem Gehorsam wandelt Tja reformiert ist nun aktiv eine neue Religion Äh die sich nun in Straubing verbreitet Und Straubing ist nun ein Reformationszentrum des reformierten Glaubens Er muss uns hier anschauen Ja hier reformiert Genau es breitet sich jetzt auch aus wie die protestantische Reformation Auch so in einem blau bloß ein helles blau Und hier ist auch ein Reformationszentrum Genau Und hier was machen die Osmanen da Ja die nutzen natürlich die Chance Weil Ungarn nicht mehr in einer PU mit Österreich ist Greiften die Osmanen jetzt die Ungarer an Ich glaube das mögen die Ungarer ungern Wenn die angegriffen würden Okay meine Länderwitze sind wirklich scheiße Nicht wahr Und denen geht es auch nicht so besonders gut Denn die haben Rebellen hier Na gut Jetzt wird es langsam eng für mich Denn in England ist es bekanntlich Okay Ähm Hä? Friedensaufruf? Wo ist denn das andere? Kriegsdauer oder sowas hieß das Hier oder? Ach hier ist es Kommt schon ich will Frieden Leute Ihr habt mich schon genug bestraft Aua Kliefsch das ein Militärbündnis mit Lothringen Okay Dann mach das mal Wie weit ist der Fortschritt? Ja 96 Ende des religiösen Chaos Die Katastrophe von dem teutonischen Orden ist vorbei Jetzt wollen sie wieder hier Frieden anbieten Aber ich warte jetzt hier bis es hier weiter Ist Werner fiel ihm halt die zwei Provinzen Das ist äh Kein Drama Portugal hat Joloff den Krieg erklärt Ihr wollt wissen wo Joloff ist? Joloff ist hier in Afrika Sie wollen hier weiter ihre kolonialen Besitzteame in Afrika Aus Dänen Kapiert aus Dänen hier Ich gehe nach Dänemark Okay Man am Ende des Displays werde ich alle Dänenwitze zusammenschneiden Ähm England fehlt in Anspruch auf Ostmark Was? Abfall von Ostmark nach England Bus in Ostmark Ostmark ist doch hier, oder? Hä? Ostmark ist hier in Österreich Die Provinzfrau Wie beansprung eine der Provinzen unseres Untertanen? Was? Untertan? Hä? Untertan? Wie? Was Untertan? Moment Diese Erreichung produktiv hunt Wenn die Provinzen unseres Untertanen Wir werden uns selbst beanträchtigen kann Wir werden uns selbst beanträchtigen können Was? Wieso Untertan? Wir sind eine Familie Ach wie schön Ostmark Moment Ostmark Hier Ostmark ist Da Aber Ostmark ist doch hier auch in Österreich, oder? Hier Es gibt zwei Ostmark Seht ihr das? Einmal Ostmark in Österreich und einmal Ostmark hier in Schottland. Das ist mir bisher noch nie aufgefallen. Ostmark? Ostmark! Okay, ich könnte es natürlich jetzt machen, aber ganz ehrlich, braucht man nicht. Wenn es dieses Ostmark wäre, dann wäre es witzig. Boah, das wäre irgendwie... Wisst ihr was geil wäre? Eine Mod, die quasi diese Ostmarks vertauscht. Einfach so zum Trollen. Dann kriegt quasi England hier eine Sklave in Österreich. Das ist witzig. So, jetzt aber Frieden, bitte. Immer noch nicht. Come on, Leute. Wir haben's gleich. Jetzt macht's euren Frieden. Udi, Fong und weiter verhälscht zur Rede. Und, wolltest du das? Ne, wolltest du das auch nicht, oder? Mein Lord, unsere Bemühungen haben sich bezahlt gemacht. Während des Drehs von Royal Army hat Isaac Cumberland seine Tankerfähigkeit auf 5 verbessert. Möge dieses Neuwesten den Sieg in künftigen Kriegen bringen. Okay. Wir wurden informiert, dass Hessen der Forderung nach unrechtmäßigen Gebieten nachgab von Kaiser Österreich. Würzburg ist neu im Besitz von Würzburg. Oh, macht irgendwie Sinn. Wo ist ein Würzburg? Hier ist irgendwo ein Bayern. Hier. Da ist Würzburg. Und hier ist Augsburg. Hier wohne ich. Wenn sich jemand einer Burg verletzt, was sagt er dann? Augsburg. Okay, der war scheiße. Wenn jemand eine Burg würzt, was sagt er dann? Ich würzburg. Ich würde es nicht. Gleich haben wir es. Come on. So, äh, Sicherheitshalber werde ich jetzt speichern. Weil, äh, ich habe keine Lust, dass, ähm, ihr wisst schon, ne, dass es normal passiert. Dass ich irgendwas verpasse. Speichern, okay. So. Also, Tribut anbieten. Hier, ganz schnell auf 9. 8, 9, zack. Ach, jetzt ist es bei 90. Jetzt können wir den Frieden machen. Ich verkünde dir, ich verkünde, dass dieser Krieg nun vorbei ist. Ich wurde bestraft. Aua. England tritt Aquitanien an Frankreich ab, Normandie tritt Alencon an Frankreich ab, England enlist. Halt, warte, so war das nicht ausgemacht. Hey, das war so nicht ausgemacht. Was soll das? Ich starb. Was soll das? Das war kein... Halt, Moment. Mal, äh, warte, 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 warte. Das war... Das stand hier nicht so im Friedenvertrag, wie ich ihn, äh, ursprünglich haben wollte. Das, äh, stand nicht im Vertrag. Ich, äh, möchte mein Rück... Mein Widerrufsrecht, äh, in Anspruch nehmen. Ja. Das dauert jetzt ein kleines bisschen. So. Wo waren wir denn dabei? Ach, richtig, Frieden. Ähm, das habt ihr jetzt nicht gesehen, ne? Die Franzosen haben mich hier über den Tisch gezogen. Also, ich gebe euch das, äh, das, äh, das, das, meinetwegen. So, mehr aber auch nicht. So, äh, 90. Scheiße. Ist ja ganz schön gierig, wisst ihr das? Ähm. Gut, ich kündige den Vertrag mit Österreich. Wenn euch das, äh, zusagt, okay? Sonst irgendwas, kann man... Wollt ihr Gold oder sowas? Ach, ihr wollt das hier. Okay, dann wollt ihr aber sicherlich nicht das... Doch, ihr wollt das natürlich. Natürlich wollt ihr das. Okay, aber... Ach, ihr könnt mich doch mal. Ihr könnt mich mal. Bitte schön, dann machen wir es halt so. So, seid ihr jetzt glücklich? Erkundung beendet. Okay. Alles klar. So, es wird Zeit für einen großen Moment. Jetzt, da wir diesen Krieg beendet haben, Kennen wir nun. Ähm. Kleinen Moment. Ähm. Äh. Ich glaube, wir warten noch ein bisschen. Ähm. Das haben wir gleich. Ähm. Ach ja. Ähm. Erkund mir weiter. Äh, die Gegend. Ja. Ja, genau. Jetzt wollt ihr noch mehr, oder was? Reicht es euch? Nicht, dass ihr meine Provinzen hier schon geklaut habt, in Normandie. Hm. Wo William, der Obere, geboren ist, der hier in der Schlacht von Hastings, wobei ich jetzt nicht weiß, da ist Hastings, äh, gewonnen hat, gegen die, äh, gegen die Sachsen, waren es, glaube ich. Also nicht diese Sachsen hier, sondern, äh, Sachsen, dänische Sachsen, irgendwie, Angli- Angli- Sachsen, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Eine neue Debatte, und zwar, dass wir die Franzosen besiegen müssen. Gibt's das leider nicht? Gibt's das? Gibt's das? Gibt's das? Oh, scheiße. Gibt's das hier? Franzosen vernichten irgendwie? Hm. Gibt's leider nicht. Schade. Zu wenig Sätze im Parlament. Okay, was machen wir denn dann als Sitz, ähm, ähm, wollen wir einen irischen Sitz hier eröffnen? Hier, Kings Country ist jetzt ein Sitz. Bam. Alles klar. So, und eine neue Idee. Brauchen wir jetzt aber momentan noch nicht. Wie gesagt, ich will hier erst die Floyd machen. Und ja, ähm, boah, Armee soll 100, 100, das ist doch geil. Achso, jetzt können wir hier übrigens unsere Flotte hier wieder sammeln, nachdem wir hier, ähm, die Blockade hier während des Krieges, äh, gemacht hat. 99, legitimität, hab ich in England. Und, okay, ich kann es denn nicht mehr schon auf dem Land. Tja, weh, wenn mein Herrscher jetzt stirbt und ich wieder Legitimität verliere, das wäre nicht so schön. So, was haben wir hier? Kassinienbündnis, wie auch gerne. Habe ich es jetzt angenommen? Ich habe es angenommen. Sehr gut. Ich dachte, ich habe es gerade auf nicht annehmen gedrückt. Ach ja, Aragon hat hier Neapel annektiert. Hier, Neapel und Sizilien. Aragon ist nun verbündet mit Frankreich und Mailand, unseren Erzfeinden anscheinend. Warum auch Mailand gegen uns ist, ist mir immer noch ein Rätsel, aber gut. Sollen sie das machen? Ist Mailand verbündet? Ja, natürlich seid ihr verbündet mit Frankreich, was auch sonst. Eine kleine Hassallianz, was? Vielleicht soll ich mich mit... Was? Denen gehört... Fuck, die Pfalz? Warum? Also, die Pfalz ist hier, ne? Aber was wollen... Was haben die... Was haben die vor mit Pfalz? Das ist ein Grund für mich, ein Bündnis mit denen einzugehen. So, weil übrigens, sie hassen die Franzosen. Oder ihr hasst doch die Franzosen. Genauso wie ich, oder? Ja, ihr hasst die Mailander, das ist auch gut. Wer hasst noch die Franzosen? Die Österreicher. Die Österreicher, hoffen die Franzosen. Naja, Bündnis geht erst in 10 Jahren wieder, weil wir... unsere Verträge mit denen aufkündigen mussten. Augsburg hat nun religiöse Unruhen. Also, bei mir ist jetzt eine religiöse Unruhe. Ne, du wirst Bescheid. Wo war jetzt... Ja, jetzt habe ich hier schon... Hier, hm? Hier, ja, Utrecht wird vor allem Reformationszentrum zu reformiert konvertiert. Ja, ja. Ach ja, und hier, deutsche Orden, was sehr seltsam ist, denn der deutsche Orden ist eigentlich immer katholisch. Naja, aber wenn sie protestantisch sind, dann können sie zu Preußen werden, wenn sie nur die passenden Provinzen besitzen würden, aber so wie sie gerade hier stehen, würde ich sagen, dass sie Preußen nicht gründen. Hashtag Poland. Ja. So, was können wir denn mit unseren Schiffen machen? Die sind doch sauteuer, oder? Wir verlieren doch hier voll viel Gold immer und so wegen Truppen. Kann man da... Ach, wir haben... Ah, Truppenlimit haben wir exakt unserem Limit. Erkundung beendet. Yay! Dann erkunden wir mal die Küste von Südamerika. Und wie sieht es aus mit unseren Kolonisten hier? Oh, was haben wir hier? Was ist das? Ist das Portugal? Nein, das sind das sind die Assiniboinen. Hallo, Assiniboinen. Was bin ich? Was bin ich? Ich bin gierig. Okay, ich bin gierig. Das senkt unsere Steuereinnahmen, was nicht gut ist. Äh, was gut ist. Für mich zumindest. Alles klar, ich bin ein gieriger, freundlicher Sünder. Ich bin ein gieriger, gutherziger Sünder, der fehlt sich ist. Muss ich mir merken. So, das brechen wir erst mal ab. Oh, aha, die Reise heiratsfähiger Frauen, das hatten wir schon mal, glaube ich zumindest. Ich lese es nochmal vor. Eine Pionierskolonie ist vor allem ein Ort für Männer, aber im Zuge der Entwicklung der Kolonie möchten wir das Bevölkerungswachsen durch Neugeboden anstatt durch Zuwanderung erreichen. Für eine unserer Kolonien zuständige Kolonalfirma hat eine Reihe heiratsfähiger Frauen organisiert, meistens vermittelt, um die Familiengrundlagen in der Kolonie voranzutreiben. Und damit ist die Kolonie in Delaware selbst erhaltend. Yay, jetzt können wir hier weiter kolonisieren. Und zwar, ach so, ach ja, eine Mission haben wir abgeschlossen. Siedelt in Amerika. Die Länder Amerikas scheinen für viele Dinge geeignet. Im Norden haben wir von Pelzen und Schiffsbaumaterialien gehört. Im Süden scheint das Land für den Ackerbau viele verschiedene Früchte geeignet. Wir müssen dort Basen errichten, damit wir davon profitieren können. Oh, wir hatten einen Konquistador mit 80 Traditionen. Nehmen wir das mal. So, jetzt holen wir uns Manticore oder Unami. Oder ja. Äh, ich sage mal, wie eine Manticore. Manticore heißt es. Nanticore. Manticore. Nanticore. Wir können nun einen Staat hier begründen in Delaware. Ja, machen wir das mal. So. Oh, und seht ihr das? Wir haben nun 100 Legitimität. Das heißt, aha, wir können nun die britische Nation diplomatisch aufbauen. Indem wir unsere politische Entwicklung im Inland vereinen und unser Einfluss jenseits unserer Grenzen erweitern, können wir unsere Stellung bei internationalen Angelegenheiten verstärken und so zu einer der führenden Mächte in Europas werden, dem britischen Empire. So, und was bewirkt das? Also, wir haben alle Bedingungen erfüllt. Bei jeder Bedingung ist ein Haken dran, das heißt, wir können das jetzt durchsetzen. Also, wir erben einmal Schottland, das heißt, Schottland wird annektiert. Wir wechseln zu Großbritannien. Wir erhalten neue Missionen. Großbritannien erhalten dauerhaften Anspruch auf Britannien, also alle Inseln hier, die wir hier haben, bereits. Wir erhalten 25 Prestige. Zentralisierung wird erhöht für, ja, 20 Jahre. Erhöht die Unruhe, senkt die Autonomität und wir erhalten neue Traditionen und Ambitionen. Ja, ein großer Tag für uns. Wir werden nun Großbritannien gründen. Also, dann machen wir das mal. Bam. Unser Staat geht durch eine Reihe von Änderungen, die sich schnell auf unsere Identität und Ideale auswirken. Wenn wir nicht aktiv dagegen arbeiten, werden sich dadurch die Ambitionen und Traditionen unseres Landes verändern. Ja, bitte. Wir erhalten neue Traditionen und Ambitionen, das ist quasi hier das Ganze hier. Das sind quasi die Traditionen. Ambitionen ist hier, das da oben. So wie du weißt. Ja, bitte. Und jetzt haben wir hier statt Englisch haben wir Britische. Und wir haben den Thron von Schottland geehrt, das heißt, wir kontrollieren nun Schottland komplett und sind nun Großbritannien. Haha. Und wir haben weitere Missionen abgeschlossen. Brüllen eigentlich hier. Nein, hier nicht. Hier, nein, auch nicht, auch nicht, auch nicht. Wo ist denn hier? Ah, Maritim, Maritimes Reich. Unsere wachsende globale Präsenz erfordert eine Seefahrertradition, die zu einer Nation unsere Größe passt. Die großen Schiffe von Großbritannien müssen Ehrfurt unter unseren Freunden und Angst unter unseren Feinden hervorrufen. Leg den Kiel. So, wir halten einen Admiral Sidney Huff 3342. Großbritannien erhalten dauerhaften Anspruch auf Gibraltar. Gibraltar ist hier unten. Das gehört den Kastiliern. Aber der ist dauerhaft, das heißt, er verfällt nicht. Wie ihr bekannt nicht wisst, ist Gibraltar eine britische Überseeregion, die auch heute in Großbritannien noch da ist. Also, Großbritannien Kontrollgibber da auch heute noch. Ja, allerdings müssen wir zuerst Kassilien angreifen, unseren Verbündeten. Und ob ich das will, ich weiß es nicht. So, wir können neue Staaten begründen. Hier diese schottischen Länder da. Das machen wir natürlich. Hier, Lovelands, Veröhr-Inseln. Oh, was ist denn das? Veröhr-Nuene. Veröhr-Nuene. Ich dachte, das heißt Veröhr, aber wenn es Veröhr-Nuene heißt, dann bin ich auch damit zufrieden. Ähm, ja. Wir kennen uns ja Veröhr-Nuene mal von denen hier klauen, wenn wir Lust haben, aber für das erste möchte ich Veröhr-Nuene. Veröhr-Nuene noch nicht besitzen. Theoretisch können wir uns sogar Island holen. Nun gut, nun gut, jetzt sind wir Großbritannien. Und ja, ähm, wir haben zu wenig Sitz im Parlament. Mal wieder. Was jetzt? Die wollen immer mehr Sitze. Jetzt wollen sie schon zwölf Stadt neuen. Meine Güte. Dann machen wir ein walisisches Parlaments hier so. Dann, das haben wir schon. Wir können schottisches noch machen. Machen wir hier ein Lothian. Und machen wir noch Kork. So, Captain Kork. Alles klar. Boah, minus 17. Warum? Wahrscheinlich haben wir jetzt hier mehr ab. Wir sind acht Truppen über unserem Limit. Das heißt, ich werde hier acht Truppen auflösen. Schiebe ich mal drei rüber. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Jawohl. So, die werden aufgelöst. Jetzt sind wir wieder in unserem Limit. Schiffslimit sind wir auch in unserem. Die Schiffe kontrollieren wir jetzt, die die Schatten vorher unter ihrer Kontrolle hatten. Und ja. Es läuft sehr gut. Also wir kolonisieren jetzt hier weiter Amerika und ja, mal schauen, was wir noch kriegstechnisch machen können. Vielleicht können wir uns ja hier ein paar Überseeprovinzen auch hier in Afrika holen, mal sehen. Oder wir greifen hier vielleicht sogar die Mi'kmaq an. Ja, aber die sind eine Förderationen mit den Irunkäsen. Die sind nicht zu unterschätzen. Wobei wir sie technologisch sowieso besiegen werden. Mal schauen. Aber zuerst würde ich sagen, wir besiedeln hier die amerikanischen Länder. Ja, ansonsten können wir hier weiter auf unsere Innovationsfähigkeit hier aufbauen, die wir hier haben. Moment, hier. Und ja, wir können hier auch langsam mal die Institution hier fördern, die momentan noch nicht so verbreitet ist bei uns. Ähm, ja. Nun gut, ähm, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Macht's gut, euer Janka. Ciao.